Das war ein Bannoni-Ring, 21, mit meinem Ausritt in die Botanik mit 170. Natürlich habe ich keine gescheite Zeit zusammengebracht, das war alles Qualify. Dann bin ich gestartet als 8. oder 9. und mit, ich muss auch dazu sagen, ich bin bei dem schwächsten Motor ganz hinten. Ich bin erst 8. und im Endeffekt habe ich dann gewonnen. Das habe ich dann zusammengebracht, dass ich ganz vorne war.